Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival und wir müssen reden. Für diejenigen, die Discord haben, die haben gesehen, hey, der Zero hat ein kleines Problem, seine Zielfestplatte ist im Arsch. So, ja, ich konnte sie reparieren, musste allerdings den Datenträger komplett löschen, damit der Fehler behoben wird, sonst hätte ich jedes Mal, wenn ich den PC gestartet habe, den C-Speicher reparieren müssen, weil er es irgendwie nicht angenommen hat. Ähm, ja, also habe ich quasi drei Tage dran gesessen, meine Daten zu retten und, äh, dann den Datenspeicher quasi zu, zu formatieren, ähm, neu aufzusetzen, Windows neu raufzumachen und, oh gut, ist mit meiner Stimme los. Und, äh, ja, jetzt sind wir hier, äh, am Samstag, äh, 13 Uhr, ich bin so gut wie fertig, ich bin immer noch nicht fertig, alles wieder auf den Normalstand zu bringen. Ähm, jedenfalls habe ich die Spiele Seven Days to Die gesichert und ich habe Sixty Parsecs gesichert, damit ich den Speicherstand habe, aber ich habe vergessen, Mist Survival zu sichern. Ähm, dieses Spiel, was wir jetzt spielen, das heißt, wir müssen von vorne anfangen, ich habe überlegt, lohnt es sich überhaupt noch, bis Fallout kommt? Und dann dachte ich, ey, komm, wir spielen das einfach von vorne, wir kennen uns jetzt auch so in diesem Spiel, wir laufen zu unserem Haus, äh, und, äh, das Gute ist, wir müssen immer das Gute im Negativen sehen, das Gute ist, dass unsere beiden Typen nicht mehr rumspacken. Das Schlechte ist, dass wir sie natürlich nicht mehr haben, aber wir können sie ja wiederholen, ne? Ich würde sagen, wir legen einfach los und, ähm, ja, dann gucke ich mal, wie lange ich mache, ich starte einfach mal einen Timer und dann, äh, bis, bis ich, bis ich finde, dass, dass, äh, wir genug haben. Direkt zu Anfang, du bist so ein asozialer Penner, weißt du das? So, unsere erste Aufgabe ist es, die Straße zu finden. Check. Ne, unsere erste Aufgabe ist es, unsere, äh, Ressourcen mitzunehmen. Das wir schon mal anfangen. In der Mitte, den Scheiß, so. Wir sind also nicht mehr weit weg von unserem Zuhause, ähm, die Spawns sind übrigens immer zufällig, wenn man neu startet. Ich war jetzt gerade irgendwie zweimal bei der Farm und einmal bei der Mine, das heißt, ich habe die Mine jetzt gesehen, bin kurz reingelaufen, hab geguckt, was... Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich habe gerade erst angefangen, Bär. Zwischen die Bäume. Ähm, 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 nein, bitte Bär. Ich habe doch gerade erst angefangen. Mach keinen Scheiß, Junge. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich überleben. So, wir müssen eigentlich nur der Straße folgen und dann kommen wir zu unserem, äh, liebevollen Haus. Und, ähm, dann werden wir halt erstmal Ressourcen sammeln. Das Gute ist, dass wir da ziemlich mittig sind. Und, oh, wir haben schon einen Motor. Nice. Und wir halt überall hinkommen. So. Ich habe gerade auch erstmal eine halbe Ewigkeit gebraucht, mein OBS einzustellen, dass die Qualität wieder gut ist. Ich weiß nicht, was die da geändert haben, aber naja. So. War das schon immer da? Das ist mein erstes Haus gewesen, oder? Nein, ist das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Neue Autos. Vielleicht war das auch gar nicht so schlimm, dass wir neu gestartet haben. Weil ich glaube, jetzt haben wir den neuen Patch drauf. Ist das möglich? Weil, neue Autos, Freunde. Neue Autos. Oh, guck mal. Da ist schon mal zwei Liter drin. Na gut. So. Als erstes ist natürlich geplant, ein Auto fahrbereit zu machen, ne? Motor haben wir schon mal. Es ist dann nicht mehr so schwer. Müssen wir hier überall noch einbrechen. Oh, guck mal. Da können wir einfach reingehen. Hallo. Danke für die Axt. Das begrüße ich sehr. Aber ich darf auch nicht so viel mitnehmen. Noch ein Motor. Wie gut ist der Motor? Äh, okay. Wir behalten jetzt einfach nur mal den. Den anderen können wir immer noch abholen. Klamotten. Läuft doch gut. Und den nehmen wir mit. Oh. Ich will... Ich will dieses scheiß Ding hier mitnehmen. Will nichts von der Werkbank. So, den Koffer nehmen wir mit. Den Koffer nehmen wir mit. Geht doch. Wir müssen nur auf... Den Koffer lassen wir hier. Äh. Ist mir jetzt zu blöd. Noch ein Reifen. Okay. Ja, wir müssen jetzt erstmal nach Hause. Nein. Bea, mach mir das Leben nicht so schwer. So. Nein. Bitte. Warum? Ich hab doch gerade erst angefangen. Ihr könnt mich doch nicht so quälen. Wir verwirren ihn an den Bäumen. Wir müssen nur bis zu dem Auto da hinten kommen. Er wollte gerade zuschlagen. Dann verstecken wir uns da. Oh, guck mal. Das ist unser Haus. Easy. Jawohl. Haus. Schon mal erkunde. Das hier wird unser neues Auto. Ist das unser Haus? Sieht so aus, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie sieht das... ...anders aus. Naja. So. Set as base. Willkommen zu Hause. Na ja. Gut. Wir machen es wie bisher auch. Alles erstmal hier hinwerfen, was wir nicht brauchen. Die Axt nehmen wir mit. Das Essen behalten wir. Du kannst weg. Obwohl, das können wir eigentlich direkt ins Auto reintun, ne? So. Equip. Eine Garderobe. Zack. Den Rest werfen wir hier einfach mal hin. So. Damit haben wir schon mal die Hälfte geschafft. Also wir sind jetzt schon fast auf dem Stand, wo wir vorher waren. Naja. Bisschen nicht. Aber so gut wie. Sagen wir es mal so. So gut wie. So. Wir brauchen noch drei Reifen, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Ganz easy. Oh. Zwei Reifen nur. Ganz bequem. Wir brauchen eine Waffe. Wir müssen den Bären erschießen. Ihm sein Zeug klauen. Wir müssen ein Messer finden. Und dann müssen wir fröhlich Sachen vor uns hinbauen. Also ich habe eine kleine Checklist in meinem Kopf, die ein bisschen durcheinander wirkt. Und wahrscheinlich auch ist. Aber wir kriegen das hin. Wir brauchen eine neue Wasserflasche. Die Dudes können wir später alle holen, ne? Ich will halt erst den Bogen haben. Da haben wir schon mal das Messer, was ich brauche. So. Haben wir hier noch irgendwas? Die Cola nehmen wir mit. Den Hammer nehmen wir auch erst mal mit. Den legen wir gleich auf den Boden, damit wir wissen, dass er da ist. Und die Matchboxes können da eigentlich bleiben. So. Heimatheim. Gut. Direkt loslaufen. Ähm. Autoteile organisieren. Denn wenn wir das Auto haben, haben wir die Macht. Können wir überall hin, wo wir hinwollen. So. Und das Gute ist, wir können einfach überall wieder looten. Ich dachte, da wäre jetzt ein Bär. Der nächste Bär, den ich kriege und eine Waffe habe, den erschieß ich, ey. Ganz ehrlich. Hat er verdient. Noch eine Säge. Äh, Sägen bedeuten immer Eisen, ne? Also, das dürfen wir nicht vergessen. Den ganzen kleinen Scheiß noch mitnehmen. So. Habt ihr hier was für mich? Ja. Sehr schön. Was ich ärgerlich finde, ist natürlich, dass, äh. Ja. Äh. Mein Inventar jetzt wieder so scheiße klein ist. Aber damit muss ich erst mal leben. Wächst da echt eine Bäre auf dem... Okay. Auf dem Auto wächst der Bäre. Wieso nicht? So, Inventar fast. Voll cool. Oh, oh, oh. So eine Scheiße. Naja. Selber schuld, Zero. Selber schuld. Hättest du es einfach hinkriegen sollen. Ohne Mist zu löschen. Ich hab's dann noch gesucht, hab dann den Kauernordner gefunden und dann hab ich mich erschrocken und hab gesehen, dass ich wirklich nur... ...die diese zwei Spiele gerettet habe. Weil, weil... Normalerweise speichert ja, ähm... ...Steam die Spiele, äh... ...ja, in der Cloud. Hat es aber diesmal nicht getan. Und hier sind wahrscheinlich noch Leute, ne? Die, die uns immer abgeschossen haben. Ja, die ist ziemlich clean. Ne, da hinten läuft einer. Verdammt. Ja gut, dann freut euch den Keks. Ich weiß, wo, äh, die meisten von der, äh, von deren Ständen sind. Ähm, ich glaub, einen müsste ich erst suchen. Der, der im Startgebiet. Obwohl, der war neben meinem Haus, ne? Der war neben meinem Haus. Gut, laufen wir zurück. Wir wissen, dass wir bestimmt, äh, beim Motel zwei Räder bekommen. Ähm, da stehen ja auch zum Glück noch ein paar Autos. Und dann gucken wir da. Wirklich erste Priorität, äh, Auto. Ja, ihr seht, ich... Ich lauf mir hier echt einen ab. Na, Knarre wär auch nicht schlecht eigentlich. Aber hier gibt... Es gibt keine roten Autos mehr. Ist das jetzt nur Fake gewesen? Also, von wegen... Hey, guck mal, neue Autos. Äh, soll auch nicht. Ey, ich will hier auch noch gar nicht rein. Leute, chillt mal. Eigentlich kann ich schon zurück, ne? Ah, ja. Komm, gehen wir noch kurz zurück. Packt den Reifen rein. Dann untersuchen wir da die... ganzen Autos. Irgendwo muss ja wohl noch der Rest drin sein. Was brauche ich alles noch? Batterie habe ich. Ich brauche noch das hier. Und ein bisschen Öl, ne? Ja. Ich meine, das Öl... Äh, den Ölkanister. Öl sag ich schon. Den... Benzikanister und das Benzin. Das kann ich ja im Nachhinein noch holen. Benzikanister können wir uns ja easy bauen. Dann müssen wir uns nicht stressen. So. Mein Haus. Orientierung. Jedes Mal muss ich erstmal die Orientierung fassen. Aber ich sage euch, Leute, bevor die Staffel endet, sind wir auf dem aktuellsten Stand, wo wir vorher waren. Was haben wir hier noch? Blueberry. Kann ich nicht mehr tragen. Steine. Ich brauche auf jeden Fall sehr viele Steine und Material für den Anfang. Später sind sie jetzt nicht mehr so wichtig. Aber für den Anfang ist das schon notwendig. Guck mal, da liegt noch ein bisschen was. Cool. Sicher, wie uns viel später... Hier war ja der Tisch und ein Zahnrad. Stimmt. Okay. Na gut. Ausbeute ist ein bisschen mau. Sie ist mit Durst aus. Ja, ich könnte was trinken. Aber man muss auch neues Trinken wieder organisieren. Alles mal hier hingerotzt. So. Du kriegst noch ein Reifen, Bro. Ist das nicht toll? Gut. Stamina hat sich regeneriert währenddessen. Sehr schön. Und dann rennen wir zurück auf die Straße. Das war dieser Weg. Da, wo ich hin wollte. Da, zu dieser komischen Maschinerie, ne? Nach wie ich mein Auto verbisse. Einfach reinsetzen und fahren. Jetzt muss ich die Orientierung fassen. Da war das Gebäude, ne? Ja. Aber ich glaube, da waren noch Zombies drin. Das heißt, so viel können wir dann noch nicht looten. Ich könnte auch reingehen und die Zombies einfach töten, aber... Da muss ich es ja nicht sofort übertreiben. Kein Trinken. Kein Trinken. Schade. Ah, nice. Gut. Brauchen wir doch einen Benzikanister. Den kann ich auch easy bauen. In der Werkbank. Dann nehmen wir uns als nächstes die Werkbank vor. Und dann haben wir wieder ein Auto. So schnell geht das. Oh, Hand im Pfeil. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, ich nehm's gerne. Oh, hier ist zu. Das nehmen wir mit. Lass mich durch. Ja komm, sammle wieder neue Flaschen. Das Brett brauche ich nicht. Das brauche ich. So, Essen. Sehr schön. Komm voran. Vielleicht finde ich irgendwo noch ein Benzikanister. Das wäre echt Töfte. Da will ich mich... Oh, Schuhe? Wow. So, jetzt haben wir sogar Klamotten an. Da wollte ich mir gerade die Schuhe über die Hose ziehen, oder? So. Noch eine Batterie. Was ist denn los? Jetzt werde ich plötzlich mit Autoteilen hier überschüttet. Du bist kein Lager, ne? Nein. So, wir brauchen noch ein Rad. Heute ist das jetzt nicht so wichtig. Das können wir uns selber organisieren. Tücher lassen wir auch erstmal hier. Da wissen wir, dass wir unendlich davon bekommen. Ist jetzt nicht das schönste Auto, was wir bekommen, aber hey. Ist heute gar nichts. So, liegt hierzu welchen Reifen irgendwo rum, die ich mitnehmen kann? Das Essen lasse ich erstmal hier. Ich habe nämlich einen... Ja, ich habe zwei Inventarplätze frei. Also rein theoretisch kann ich nur eine Sache mitnehmen. Kein Rad. Och, Leute. No, no, no. Was kleistert ihr mich jetzt mit Batterien zu? Ah, gucke mal. Ah. Dann kann weg das Essen. Das essen wir jetzt einfach mal so. Dann müssen wir jetzt nicht mehr bauen. Easy. Brauchen wir noch ein Rad und dann geht's los. So. Nächstes Auto, das Benzin hat, das werde ich mir klauen. Also nicht das Auto, sondern das Benzin. Und dann laufen wir halt ganz kurz rüber. Äh. Oh. Da war ein bisschen was drin. So, jetzt laufen wir gleich zum Hotel. Da müsste irgendwo noch ein Reifen rumliegen. Und dann haben wir bestimmt schon ein Liter zusammen. Und das reicht eigentlich schon von Anfang, ne? Na komm. Ab zum Hotel, Freunde. Äh. Erste Folge. Nicht mal 15 Minuten. Schon Auto am Start. Ja, ich bin gut geworden, ne? Eine kleine Hütte. Müssen wir auch noch hin bei Gelegenheit, denn, äh, wir müssen die Rücksäcke finden. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo die überall waren. Ähm. Müssen wir halt gucken. Wir nehmen hier nur die wichtigen Sachen mit. Ähm. Ja, ich brauche immer noch Platz für ein Rad, ne? Oh, das ist jetzt doof. Ja, was soll's hier kommen? Ich muss nur noch ein Rad mitnehmen, dann bin ich glücklich. Rest kriegen wir erst. Ohne Hände. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Uh, guck mal. Das Beckel spielt Rust. Die Option hab ich nicht gefunden. Ihr habt die Option zum Ausstellen dieser Benachrichtigung nicht gefunden. Na, komm mal, da ist ein Reifen. Tschüss. Laufen wir nach Hause. Nein, bitte nicht, Bär. Bitte tu mir das nicht an. Du bist der dritte Bär, der mich jetzt schon quälen will. Oh, ich bin zu Hause. Okay. Will ich in die falsche Richtung laufen? Ich weiß es nicht. Oh. Drecks-Töle. So. Oh, oh. Neblig. Ist mir egal. Ich setz den ganzen Scheiß ein, ne? Wenn ich dabei draufgehe. Ja, cool. Auto ist bereit. So, gucken wir mal, ob ich es noch drauf habe, ne? Hey, Lady. Es geht. Ich verdrehe dir mal den Kopf. So. No, you mean here? Nein? Ich habe hier fast gedacht. Traut euch. Kommt zu mir. So war das nicht gemeint. Okay. Der ist schnell umgefallen. So, die kann da behalten wir erst noch. Auto, Batterie, Ersatzteile quasi, ne? Ja gut, da können wir eigentlich schon zum Anfang fahren und da den Rest looten, ne? Ich meine, was passiert, wenn ich ein paar Zombies überfahre eigentlich? Haben wir noch nie gemacht, ne? Da ist doch alles drin. Brauche ich mindestens einen Liter, um das Auto zu starten? Oder kann man das Auto während so einer Scheiße nicht starten? Okay, warten wir jetzt erstmal ab. Was hast du eigentlich verloren? Was ist zum Teufel? Okay. Ein neues Item. Oder ein seltenes. Wenn es so selten ist, lege ich es ab, bevor ich es verliere. Ich weiß nicht, was das für ein Item ist. Aber wir haben es und ich bin sehr froh drüber. Oh, Zombie. Verpiss dich von meinem Fenster. So, ich würde das am liebsten entfernen, ey, ganz ehrlich. Oh, da bin ich ein bisschen erschrocken. So, du kommst wieder hier vorne hin, ne? Genau. Ich höre noch einen Zombie, da ist er noch. Zombie. Oh, Gott. Oh. Der mich doch geschlagen hat. Ey. Zombarina? Ich will auch nicht so weit weg von meiner Tür sein. So, ein Stück gelaufen, damit er zu mir kommt. Lingenzucker kannst du behalten. Hier war doch gerade noch einer. Da. Ein Stück laufen, damit er mich bemerkt. Hallo. Zombarina. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Es ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wie ich das hasse, wenn das passiert. Kannst du auch nichts gegen machen. Wo ist er? Ernsthaft? Wie zum Teufel bist du da raufgekommen? Einfach ein Zombie auf meinem Dach. Na gut, den kann ich jetzt nicht aufhalten. Ich habe keinen Bogen. Gehen wir kurz rein. Schlafen eine Stunde und dann müsste es vorbei sein. Ich habe ja nicht mehr so viel Leben, deswegen habe ich es gelassen. So, habe ich hier noch irgendwas drin? Schlafsack oder so? Hatte ich hier nicht ein Bett? Ah. So, erstmal wieder auf den Urzustand zurücklegen, ne? Perfekt. So, kann ich jetzt fahren? Brauche ich mehr Benzin oder was? Ich habe doch alles. Ich habe doch alles. Oh, da brauche ich jetzt mehr Benzin. Reicht ein Liter nicht, um das Ding zu starten. Oh, noch ein Messer. Gut, äh, wir müssen sowieso bald schlafen gehen. Von daher lohnt sich jetzt eine Tour nicht unbedingt. Wir hatten hier irgendwo ein Auto mit zwei Litern, ne? Gucken wir mal. Ah, cool. Nehme ich. Äh, Bretter. Ah, wir sind jetzt auf der Seite, ja. Okay. Gucken wir mal. Guck mal, das Auto sieht noch voll intakt aus. Das könnte man eigentlich fahren, ne? Ist nicht der Hammer, aber naja, ein bisschen was. Ich glaube, wir brauchen mehr als ein Liter. Oh, 0,01. Ansonsten habe ich keine Erklärung dafür, dass das Auto nicht gestartet ist. Keine Ahnung. Und vielleicht auch ein Bug. So, dann laufen wir kurz mal hier die Autos ab. Wenn wir hier jetzt kurz vorm Schlafen gehen sind. So, dann würde ich sagen, nächster Schritt ist, äh, eine Waffe finden, ne? Zucker kannst du behalten. Und wenn wir dann eine Waffe haben, können wir einen Bären erlegen. Wenn wir den Bären erlegt haben, können wir uns um den Bogen kümmern. Weil der Bogen dauert verdammt lange, bis das Zeug ausgetrocknet ist. Deswegen würde ich mich darum als allererstes kümmern wollen. Na gut. Wir haben genug Benzin. Ich hoffe, damit startet das Auto. Ansonsten bin ich überfragt. Und ich weiß auch gar nicht, was ich mit den Hütchen mache. Weil du kannst sie töten und dann liegen sie da. Weil du denkst dir, ja toll, ich hab einen Huhn getötet. Mehr aber auch nicht. Hm. So, Auto. Ich hoffe, jetzt wirst du funktionieren. Ansonsten weiß ich nicht, was dir fehlt. Weil die Reifen sind da, die Batterie ist da, der Starter ist da, der Motor ist da. Oh. Jetzt müsste der eigentlich starten. Man braucht mehr als einen Liter. Okay, Autos aus. Sehr schön. Ähm, dann. Gucken wir mal, ob es hier was Neues gibt. Vielleicht das hier. Also dieses Militärzeugs brauchen wir vielleicht dafür. Ansonsten hier sind die allbekannten Betten. Schränke, die kacke sind. Tische, die nichts bringen. Stühle, die nichts bringen. Und eine Puppe. Ich mein, die könnte man theoretisch mal auch nicht. So schwer ist die nicht. Und dann können wir testen, welche Waffe die stärkste ist. Nur halt irgendwie Pfeile funktionieren. Darauf nicht. Naja. Okay, aber wir haben vorher etwas anderes zu tun. Und zwar benötigen wir so ein Trocken-Ding. Dafür brauchen wir Sticks. Die kriegen wir easy hin. Und Lashings. Dafür brauchen wir Blätter. Und ein ganzes andere Kram. Wir brauchen sowieso noch ein paar Bäume. Deswegen, ähm, ich würde aber erst mal sagen, zuerst gehen wir mit dem Messer ran. Wir holen jetzt erstmal das Zeug raus. Wobei, wir müssen die Bäume auch erstmal nicht fällen. Ja, Verschwendung von Zeit. Ich bin hier gerade in Zeitnot. Ach, guck mal, wie viel das Zeug rauskommt. Ey, ich kann nicht mal mehr was tragen. Ho, ho. Ist das geil. So, okay, ähm. Werden wir das Zeug-Ding ins Kirchen zieht erstmal hin, ne? Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Eilen tue ich mich. Sehr schön. Okay, äh, ich muss Lashings bauen, ne? Lashings, äh, 16. Achso, wir haben 16. 6 und 8. Okay. Und wir brauchen für unser Zeug 12, das heißt, wir brauchen noch 16 Blätter. Habe ich doch richtig gedacht, 16 Blätter. Und ich glaube, Blätter bekommt man wirklich am besten, wenn man die Bäume fällt, oder? Ich meine, ich könnte jetzt rumlaufen und Blätter suchen. Naja, ein bisschen ineffizienter sind diese Blätter-Sammelei. Dann wäre es besser gewesen, wenn wir einfach losgezogen wären. So, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Stümpfe entfernt werden müssen. Sonst quälen die mich mein Leben lang. Ja gut, aber sägen wir erstmal an. Ich glaube, ansägen reicht erstmal. Wir werden Blätter bekommen und ich... Ne. Ich darf nicht vergessen, woher den Treebug rauszuholen. Weil Lashings brauchen wir verdammt viele. Und Treebug brauchen wir eh ganz viel. Auch später, um Wasser zu destillieren. So. Dann hauen wir mal die Blätter raus, Kleiner. Los. Blätter. Keine Äste. Blätter. Ja, genau sowas brauche ich. Tienack. So, Äste. Ja, können wir auch eigentlich mit ihm, ne? Wie viel haben wir jetzt? Sieben. Okay, Messer ist am Arsch. Ich habe noch ein einziges Messer. Das heißt, das werde ich jetzt erstmal schonen. Treebug müssten wir genug haben. Und Bäume haben wir ja auch genug, also. Ich brauche eigentlich gar nicht so gierig sein wegen dem, äh, äh, Treebug und so. Weil Bäume wachsen ja auch irgendwo nach. Wenn wir sie denn fällen. Was wir ja nicht tun. Wir sägen sie nur an. Wir zerstören ihr Leben und gehen dann einfach wieder weg. Oh Mann. So, komm, Stamina. Zieh, zieh durch, Stamina. So. Habe ich jetzt 16 Blätter zusammen? 17. Nice. Okay, gehen wir nach Hause. Und bauen da unser Imperium aus. Mein, rein theoretisch könnte ich auch alles zu Hause machen. Aber, ich will es draußen aufstellen. So ein Ding kommt nach draußen und nicht nach drinnen. Wie viel brauchte ich davon? Sieben Sticks, okay. So. Bauen wir zwei. So, sehr schön. Und dann... War das sieben oder sechs? Ist mir egal, ich mach acht. So. Ist es schon Nacht? Ach du Scheiße. Hier war unser Ding ins Kirchens, ne? Wir packen es mal weiter. Packen wir es mal hier hin, so. Ich habe kein Messer. So, Messer. Wo habe ich mein Messer hingeworfen? Leute, ich finde mein Messer nicht. Messer? Oh, guck mal. Blätter haben wir auch hier noch. Oh, ich habe das Messer hingeworfen. Sag mal. Hey. Wo habe ich das Messer hingeworfen? Da. Ich habe es gefunden. Habe ich jetzt den ganzen Scheiß rausgeworfen, den ich brauche? Nein. Oder? Ich habe dich Dicks rausgeworfen. Verdammt. So. Und dann gucken wir mal, ob hier Zombies auftauchen. Zombies! Keine da. Der Zombie auf dem Dach ist auch weg. Und wir können eigentlich schlafen gehen. Ja, das mit dem Durst wird jetzt kacke, glaube ich, ne? So, guck mal. Ist neu. Faszinierend. Ja, komm, schlafen wir einfach. Was soll's. So, acht Stunden. Wunderbar. Okay, damit können wir eigentlich schon los, ne? Ich muss natürlich noch meine Sachen hier ablegen. Ab zum Spielplatz. So. Wie alles hier einfach nur auf dem Boden liegt. Ja, wie gesagt, ich mach das selber. Ich mach das privat. Da müssen wir jetzt, gerade jetzt vor allem, müssen wir jetzt keine Zeit dafür verschwenden, hier alles einzusammeln. Wie ich das doch selber machen kann. Okay, wir haben jetzt alles fertig, ne? Wir könnten was zu essen gebrauchen. Essen. Eine Cola. Und nochmal essen. So. Essen wir nämlich das hier zuerst, dann kriegen wir nämlich beides. So, und dann sind wir da schon mal fit. Und dann fahren wir zu den ersten Locations zurück. Hallo, Auto? Der wollte gerade nicht lenken. Der wollte gerade nicht lenken. Was soll denn die Scheiße? Okay, im Dunkeln loszufahren ist übrigens nicht so cool. Ich seh die Straße kaum. Nicht dein Ernst, ey, da komm ich jetzt nicht. Ich will mein Auto jetzt nicht schon verlieren. Danke. Ob es hier auch eine Waschanlage gibt? Ich müsste mal mein Auto reinigen, glaube ich. So. Der will dich da links lenken. Oh Gott, dieses Auto ist behindert. Was hab ich mir da ausgesucht? Ich will wieder mein rotes Auto haben. Da konnte ich wenigstens was sehen durch die Scheibe. Ja, geil. Das ist, weil er nicht nach links lenkt. Ab und zu. Ich weiß nicht, was mit diesem Auto nicht stimmt. Aber ich will mein rotes zurück. Wenn wir ein rotes sehen, die steigt da sofort ein. Da wird gar nicht viel drüber nachgedacht. Hallo, bremsen. Bremsen. Was ist mit diesem Auto nicht in Ordnung? Na egal. So, den Koffer lassen wir hier. Den Motor wollte ich mitnehmen. Wir haben hier noch eine Werkbank, falls wir mal was bauen müssen. Da können wir das hier direkt machen. Ich will zum Beispiel eine Wasserflasche. Die wir jetzt leider nicht bauen können. Aber die ich gerne gebaut hätte. Aber ich hab nicht genug Material dabei. Gab es hier noch wie so einen Zusatz oder so? Ah, da haben wir schon mal einen davon. Da haben wir das. Steine nehmen wir mit. Blätter nehmen wir mit. Den ganzen Kram. Und Benzin nehmen wir mit. Nur die ganz großen Vorkommen. So kleine unter einen Liter. Weiß nicht, ob das was bringt. Aber weißt du was? Ich bin gierig. Für mich bringt das schon was. Einfach um meinen Geist zu befriedigen. Na gut, dann haben wir hier jetzt alles, ne? Das Brett können wir da lassen. Hier haben wir noch einen Ast. Ein Ersatzmotor haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir noch den anderen Scheiß. Ersatzbatterie haben wir zu Hause, ne? Die können wir auch direkt einpacken. Die Kohle lassen wir auch bei mir. So. So. Weiter zur nächsten Location. Da sind wir auch schon. Bremst doch mal! Dieses Auto. Das macht mich wahnsinnig. Das will mich töten. Wir werden noch richtig Probleme kriegen mit diesem Auto. Wünschte, ich hätte mein rotes Auto. Das war so toll. Axt nehme ich sehr gerne. Ja gut, hier ist nichts mehr. Ja, nur ein Zuhause, was man sich holen kann. Das aber recht unnötig ist. Nächster Stopp, das Motel. Brems! Ich verstehe dieses Auto nicht, ey. Ich verstehe dieses Auto einfach nicht. Es will einfach nicht so, wie ich will. Ersatzteil, dankeschön. 13! Oh Gott. 0,13 Liter. Müssen wir mitnehmen. Ich weiß. Ich weiß. Es war gerade Verschwendung von 4 Minuten Ingame-Zeit. Oh, ich bin gierig. Ja, gut. Nicht so ein kaputtes Ding. Da nehme ich lieber die 160 Milliliter mit. Aber so ein kaputtes Ding müssen wir, glaube ich, erst gar nicht mitführen, ne? Ich glaube, das ist Schwachsinn. Das können wir mitführen. Und schon haben wir unsere Ersatzteile voll. Weißt du, du gehst da einmal zum Hotel und hast alles, was du brauchst. Unglaublich. Ersatzräder brauchen wir dich. Die sind ja recht robust, ne? Bis die kaputt gehen, da haben wir locker 50 andere gefunden. Ist hier irgendwas, was man gebrauchen kann? Nein. Schon geplündert. Hier ebenfalls, ne? Ja. Und hier wahrscheinlich auch. Oh, guck mal, hier ist ein Stuhl. Kann ich leider nicht mitnehmen. Schade. Okay. Wir wissen, dass in Raum Nummer 1 sind die Zombies, das heißt die Niete. Wir werden also Türchen Nummer 3, werden wir nicht öffnen. Wenn uns jemand fragt, 1, 2 oder 3, nicht die 1 wählen, Freunde. Nicht die 1. Das sind die Zombies. Ja, da hören wir sie schon. Ich meine, wir werden sie sowieso öffnen und sie dann zertrümmern, aber... Oder versuchen, wie viel Leben habe ich? Ja, Leben habe ich wieder genug. So, nehmen wir die Flasche mit, was heißt das? Hallo, Jungs. Ich komme gleich zu euch, ja? Hier war keine Inventartasche, oder? Ein Schokoriegel und eine Cola, die ich nicht mitnehmen kann. Ich muss kurz zurück zum Auto. Ich habe nicht an ihm vorbeigeschlagen, also nicht über ihm geschlagen. Immer wenn er zuschlägt, verändert sich seine Hitbox. Jedes Mal, wenn wir sie zuschlagen, kannst du sie nicht treffen. Es ist die Kacke. Naja. Nichts Schlimmeres, ne? Packen wir hier alles rein, wie sieht es aus? Eigentlich können wir das Ding essen. Wir müssen uns halt um unsere Heilung bemühen. Heilung werden wir wahrscheinlich jetzt auch erst bekommen, wenn wir wieder schlafen, ne? So, Ersatzteile! Alle unten positionieren. Wir haben jetzt die drei wichtigsten Ersatzteile immer dabei. Ne? Da kann jetzt nichts passieren. Wir sind safe. So, eine Axt. Jeder. Kein Scheiß. Okay. Looten wir den Rest. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, die Tür nochmal zu öffnen, wegen den Spastis hier. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich lasse es für den Anfang, bis ich wieder geheilt bin. Aber dann kommen wir einfach wieder. Uh, Antibiotika. Habe ich auch noch nie gebraucht, ne? Ich bin auch sehr froh, dass mein Arm noch nicht verletzt ist. Das ist, äh, ein Highlight für mich. Dass mein Arm funktioniert. So, da haben wir nichts. Painkiller. Es wäre ganz cool, wenn irgendwas davon heilen würde, ey. Eilen mich Antibiotika? Nein, Antibiotika sind wahrscheinlich für Krankheiten, ne? Da brauche ich mir keine Illusionen machen. Und schon haben wir noch einen Motor am Start und mehrere Flaschen. So, sehr schön. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter. Ich meine, ich heile mich ganz gut, ne? Also, es ist jetzt nicht die Welt, aber ich heile mich ganz gut. Oh, Flasche. In der Regel, äh, Energieriegel behalten wir auch mal. Können wir auch essen zwischendurch. Wir sind fast schon wieder voll. Äh, wir fahren noch ein Stück. Unser Inventar passt ja, äh, in unser Inventar passt ja noch einiges. Wieso habe ich denn schon wieder meinen Tank geleert? Was mache ich denn den ganzen Tag? Ich habe das Gefühl, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir fahren, lenkt er nicht mehr. Deswegen fahre ich gerade wie so ein Besoffener. Nicht wundern. So, mal gucken, ob wir hier fündig werden. Bremsen. 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 Ja, diese Häuser stehen auch in dieser Stadt, ne? Stimmt. Gut, dass ihr es sagt. In diesen Häusern gibt es auch so viel Loot. Guckt euch das an. Ein Banderschen. Ein bisschen Essen. Ein bisschen Munition. Endlich. Stimmt, hier haben wir auch unsere erste Waffe bekommen. Das heißt, wir können unseren Bären eigentlich schon erschießen. Aber waren hier nicht auch irgendwo Zoumbis? Da ist die Waffe. Das heißt, wir können zurück den Bären erstmal erschießen. Ne? Wir müssen sowieso unser Loot loswerden. Oh. Äh. Tschüss, Flasche. Ja, was soll ich sagen? Wir müssen eh zurück, ne? Ja. Ich kann hier nochmal reingucken, ob hier nochmal was Wichtiges ist. Ah, Munition. Stimmt. Ich hätte ja auch einfach die Waffe schonmal anziehen können, ne? Vier Schuss. Ich weiß nicht, ob das für ein Bären reicht. Äh. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass vier Schuss nicht reichen. Ich glaube, da brauche ich mehr. Na gut, fahren wir erstmal zurück. Wir kommen später wieder. Wir haben hier noch einiges zu looten. Einiges. Und ich glaube, hinten bei der Scheune, auf dem Feld, war da einer drin oder war da... Da war irgendwas. Wir brauchen eine Crowbar. Wir brauchen definitiv noch eine Crowbar. Ein bisschen haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen so eine Stunde, ne? Weil die letzten Tage halt nichts kam. So, vorsichtig, weil Bremsen kann ich anscheinend nicht. Ich müsste mal die Bremsen austauschen. Aber wie heißt es so schön, Freunde? Wer bremst, verliert. Oh Gott. So, unser Haus müsste jetzt hier irgendwo sein, ne? Der nächste Weg, der reingeht. Hätten die nicht irgendwo anders parken können? Ständig muss man um die herumfahren. Wo kommt denn der nächste Weg? Ach, da. Meine schöne mal, Automarkierung. Ah. Das andere Auto hat viel besser gebremst. Alter Schwede. Aber vielleicht haben wir Glück und dieses Auto fällt nicht um. Stimmt, wir können eigentlich mal wieder auf den Berg latschen, ne? Und da mal alles auseinandernehmen. So, Auto natürlich ausmachen. Okay. Hier haben wir auch noch ein bisschen Zeugs. Ähm, sehr schön. Eigentlich können wir das hier schon mal hier hinwerfen, ne? Das ist ja eh unser Garage. Wolle ich es nicht gehört. So, das Zahnrädchen. So, werfen wir hier, hier. Wieso werfe ich hier eigentlich jetzt ein bisschen hin? Na ja, das Zahnrädchen wollte ich hier hinwerfen, ja. So. Und hier in unsere wunderschöne Küche kommt der Rest. So. Sagen wir, bevor wir unser Auto plündern, laufen wir mal kurz, kurz nach oben auf den Berg rauf. Ähm, auf den Berg rauf. Wo war denn nochmal der Berg? Der hier, ne? Und holen uns da den Loot. Hallo. Was war das? Ein Stein. Nehm mich doch gerne mit. Oh, es wird neblich. Geil, oh. Glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht erkennen. Bin zu blöd dafür. Das Schöne war, dass hier oben auch irgendwo ein Bär rumgerockt hat, ne? Wir gucken einfach mal, ob diese vier Schuss reichen. Ich meine, wir kriegen ja mehr als genug. Ich meine, mehr als genug nicht. Wir können hier keinen Shooter draus machen. Aber wir kriegen etwas Munition, aber. Und vielleicht denkt sich der Bär, hey, der Typ, der hat mich getötet. Ich gebe ihm jetzt meine Waffe und meine Munition. Kann ja sein, das Bären so denken. Ah, kein Bär hier oben. So. Ah, ein Schlafsack. Ja, gut. Bin ich der geilste Scheiß? Aber naja. Hier war es einfach noch eine Treppe hinten dran, ne? Heut, theoretisch könnte ich so ein Ding klauen. Ja gut, hier ist nichts. Ja, weiß nicht. Soll ich so ein Ding mitnehmen? Ich schaue mich mal hier oben um. Das letzte Mal waren wir mit dem Auto hier und da habe ich mich nicht, äh, ordentlich umgeschaut. Vielleicht gibt es hier ja noch ein Gebäude. Was wir allerdings wissen ist, dass es genug Inventar-Upgrades gibt. Also mehr als genug. Du kriegst mehr als du überhaupt hast. Willst du schon ein bisschen seltsam? Oh, naja. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was. Und ein Bär. Soll ich es wagen und ihn erschießen? Ich weiß nicht mehr, wie viel Schuss das waren. Weiß es wirklich nicht mehr. Hey, Bärli. Wie läufst du denn? Es hat nicht gereicht. Er ist auch vollkommen behindert gelaufen. Ich meine, wenn ich auf ein Ziel zulaufe, laufe ich geradeaus. Wenn ich ein Mensch bin, natürlich nicht, weil ich dem ausweichen will. Aber der ist kein Mensch. Der ist ein verdammter Bär. Wo ist jetzt der Berg? Hügel? Warte mal, da. Okay. Wir brauchen neue Munition. Und natürlich müssen wir erstmal unsere Sachen wiederholen. Ja, scheiße. Ich würde sagen, einfach nur, ja, scheiße. Ja, das ist scheiße gelaufen. So richtig scheiße. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber hey, das ist unser erster Tod. Und es gibt Schlimmeres. Und es wird neblig. Geil. Ja, ich habe keine Axt. Cool. Laufen wir mal zurück und hoffen, dass wir überleben. Ist ja nicht so, als wäre ich gerade schon gestorben. Ah, da hängt noch eine Axt drin. Ah, ich habe meine Axt noch. Ich habe mehr als genug Äxte. Was wir jetzt machen könnten, ist, äh, Zombies schnetzeln. Hoffen wir, dass wir überleben. Und dann, äh, hoffen, dass die Munition droppen. Ich weiß, unsere Waffe haben wir gerade nicht. Derzeit jedenfalls nicht. Aber ich hoffe, dass sie einfach da noch liegt. Ich hoffe es einfach. Zombies. Boit, 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 boit. Pssst, ich bin auf Zombie-Jagd. Ist ja kein Zombie. Hallo, Leute. Habt ihr euch jetzt tatsächlich Hobbys gesucht? Respekt. Wir haben auch meinen Ratschlag gehört. Ob ich das noch erleben darf. Noch ein Zahnrad. Da war das versteckt. Oh. Das ist keine Munition, Mann. Und Munition. Die richtig guten. Die richtig guten Staff brauche ich. Und du gibst... Wie läufst du denn? Hallo zu... Oh, ich habe kein Stamina. Lol. Ich konnte nicht zuschlagen. Der ist immer ein bisschen ungünstig. Ja, cool. Ja, ich bin halbtot. Nice. Nice. Oh, ist das schön. Das ging so schnell, dass ein Loot hängen geblieben ist. In seinem Kopf. Ja, ich meine selbst, wenn ich jetzt sterbe, was verliere ich denn schon? Mein Messer vielleicht. Hier, komm. Ich darf nicht laufen. Da ich kein Stamina habe, um mich zu verteidigen, ist das ein bisschen blöd. Von wo? Okay, meine Achse ist eigentlich kaputt. Und wo hat er geschlagen? Äh, okay. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt eine Axt, die 0% hat. Ich will es einfach nur testen. Gucken, was passiert. Ist er mich umgefallen? Bin ich verblutet? Oder kam da irgendwo noch ein zweiter Zombie? Hey, Zombie! Zombie, willst du mich verarschen? Okay, die Axt ist weg. Die Axt ist weg. Die Axt ist weg. Vielleicht hätte ich nicht so weit weg von zu Hause laufen sollen. Oh Gott. Ja. Viel Spaß da unten. Ich geh mal hier hoch. Kann ich hier schlafen? Komm schon. Komm schon. Ich will doch nur schlafen. Verdammt. Seid ihr noch da unten? Die Hintertür wäre nicht schlecht gewesen, ne? Scheiße. Okay, ich muss andersrum. Ich will nur an eine Axt ran. Ich brauche nur eine Axt, Leute. Kann ich mich verteidigen? Scheiße! Ich komme nicht in mein Haus. Nein! Please not! Okay. Ja, cool. Ich könnte hier auf mein Dach springen, ne? Beide theoretisch. Ähm. Gut. Ich würde sagen, äh, äh, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz hier oben chillen, bis sich die Sache beruhigt hat. Gehe dann in mein Haus, räume erstmal die Sachen ein, die wir gefunden haben. Und dann sehen wir uns, äh, morgens in einer neuen Folge wieder. Und dann mal gucken. Vielleicht 20, 30 Minuten. Mal gucken. Haut rein. Euer Siru. Tschüss. Das ist ja. Ich wollte es plano. frå갈er ist, bleibt es genau. Ich höre, dir 2, 3 1 Vielen Dank.